Grüß dich einmal wieder. Ja, weil es gestern so lustig war, finde ich recht informativ. Ich wollte noch ein zweites machen, da ich mir denke, vielleicht kann es noch absurder werden. Scheiße, ich brauche einmal mein Fahrzeug. So, den ersten haben wir schon einmal. Mal schauen, wie dem so geläufig ist für vier Kilo. Im 23. Ok. Ja, wir kriegen alles mit für 400. An 2600er hatte ich schon mal, ist eine nice CPU. 1060er, 3 GB. Geht aber 16 GB im Rahmen, das ist ok. Speicher 1,4. Aber was bitte, der SSD ist Pflicht, wenn Windows 10 drauf ist. Sonst musst du Windows 7 installieren oder 8. Der PC ist gut geeignet für Spiele wie zum Beispiel Warzone, GTA 4, God of War. Da wäre ich mir nicht so sicher bei einer 1060, 3 GB. Vielleicht auf 720p, Low, Medium. Ähm, Fortnite und so weiter. Ok, das stimmt. Bei God of War hätte ich ein bisschen Zweifel. Aber vielleicht ist es für einen trotzdem noch ok, wenn er es mit 30 FPS spielt. Ähm, 1,4 TB, die hofft die. 4 TB, das ist ja 490 SSD oder so. Äh, 400. Wäre mir jetzt nicht geläufig, dass da irgendeiner existiert. Aber kann ja gut sein. Äh, und dann Therapeut, die gesagt, das ist gar nicht einmal schlecht. Ich würde halt noch mal, halt, 20 Euro für SSD investieren, 30, 40, 50 Euro. Dann ist das nicht schlecht, weil im Prinzip braucht man der ja nur die Grafikkart irgendwann austauschen. Äh, man könnte, man muss ja bedenken, was kriegt man noch mit. Oh, MasterCenture ist ein Standard-Ding, aber wird erstmal ausreichen. Äh, 930 GB. Ah, und der SSD. Ok, ok, ok. Das ist nice. Da kann man nix sagen. Äh, ja, top CPU. Kann auch nix sagen. Ist geil. Das kann ich sogar tatsächlich empfehlen. Ja. Weil das ja gut ist, das gehört nicht zu schlechten dazu. Äh, auf jeden Fall. Der ist so, wie er sein muss. Ah! Schaut auf, meinen zweiten Monitor. Ganz kurz, das ist einmal kurz ab. Für 70 Euro, hä, dann ich mit mir na. Ja. Ey, das ist nice, oder? Das ist genau den, den ich hab, ey. Als zweit Monitor. Kann ich euch empfehlen, international. Für 70 Euro ist der wahnsinnig, ey. Das ist zu wenig schon. Das ist eines der Fälle, was richtig gut ist. Der hat nichts. Na ok, ja. Wenn ein Mann, der ist für so wenig, äh, zu, der kostet noch um die 200, wenn nicht über, auf Amazon. Was ich auch extrem ein bisschen find, weil der ist eher so 19 Zoll Kategorie von der Höhe und 24 von der Breite. Ähm, ein schönes IPS Display, wirklich wunderschön. 70 Euro ist echt wenig. Das ist wieder so ein Beispiel von, wenn es zu wenig ist, würde ich mal sagen. Aber ja, so ist halt wie es ist. Das sind wieder die guten. Aber es gehört eigentlich nicht dazu, weil wir ja Gaming PCs suchen. Aber richtig neuse Anzeige. Aber wenn man gemerkt, vielleicht kaufe ich den auch. Oder ist halt schneller als was nicht. Nächster. Gesandtes, äh, Gaming Setup. Schauen wir, was er hier hat. Tuesday, ja. Mit, mit Geschichten. Boah, das ist aber, äh, was ist denn das? Ist das ein Monitor? Ist das aus der Steine? Na, bin ein bisschen gemein, aber es ist schon ein 4 zu 3er. Macht ja auch nix, wenn so ein Anzeigemonitor ist. Und das ist zumindest ein 144, aber auch schon ein Alt-Eser, ne? Äh, ja. 60 Hertz, 60 Hertz, ne? Boah! Ey, da ist einer schlau. 5600G. Hammer CPU. Liegt bei 130 bis 160 Euro auf Amazon gerade. Das ist ein Traum. Da kann man auch alles, alles geil zocken. Da gibt's überhaupt nix, ey. 16 GB RAM ist auch perfekt. Windows 11 Pro. Oh. An Terra bei der SSD. Mann ey. Ähm, das ist was ist die, okay, Gaming, dass du, du, Maus. Okay, passt. Bin nachher nur über WhatsApp. Äh, Samsung Logitech. Das ist gut, ey, ey. Das ist echt gut, ey, ey. Das ist echt gut, ey. 550 Euro für das Setup. Da geht einiges. Aber was ich gerade ein bisschen vermisse, ob ich gar nicht bin, ich gar nicht drüber gespielt, gestolpert, dieser Grafik hatte. Zumindest eine 89 oder so. Es hat eine integrierte Grafikeinheit. Wollte ich nochmal sagen, es hat es. Ähm, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Das ist so, äh, ja, die Vega ungefähr, äh, 7, 7, 7, 7, 9, 70, wenn's da Glück hast. Von der Grafik. 10, 50, 10, 50er Niveau. Von der Grafik. Also da wäre noch was möglich. Man kann aber noch eine gute, eine sehr gute, 30, 70, rein knallen. Und dann hat man, hat man da einen Top Gaming PC. Äh, äh, wo die Basis nur 550 war. Man macht um 430 60T beispielsweise. Sicherlich die perfekteste Wahl für die CPU. Und dann hat man ein Gaming PC, wo die meisten träumen würden davon. Mhm. Also, hammer Angebot. Hätte ich nicht erwartet. Okay, ist keine Grafikkarte drin, aber der PC ist per se fertig. Ja, man hat auch ein nettes Saturn aus. Also das, ey, ey, das ist, das ist wirklich nicht schlecht. Und der Therapeiter SSD. Nicht der Meierl Festplatte. Das führt sich da ganz genau nach der Zeit entsprechend. Für 550. Die Monitore sind natürlich ein bisschen mau vielleicht. Okay, der Mittel ist ja noch völlig kommend. Okay, bestellt mich jetzt hier einen zweiten. Und einen richtig guten da. Aber großen und ganzen wirklich sehr gut. Äh, für 550. Hammer. Kann man nix sagen. Nächster. Ungesonderes Angebot. Äh, 7, 7k. Äh, 7, 7k. Äh, mit einer 10, 70. Topkarte hab ich in letzter Zeit tatsächlich, glaub, zehnmal empfohlen. Mindestens. Da hat keiner geschrieben, oh, das ist zu langsam. Oh, das ist schlecht. Oder sowas. Weiß da eh am Full HD 60 Gaming. Da ist die ja fast schon noch zu gut dafür. Ach, Geek ist zukunftssicher. Ähm, man kann's auch gut überdacken. Ähm, man kann's auch gut überdacken. An 10, 70. Hey, ja, also sogar. Yeah, man. Also, mit einem Topkühler ausgestattet. Schönes RGB, wenn man auf das stehen mag. Wahrscheinlich aber auch schon so kaputt. Äh, wie's oft passiert ist. Und kennt ihr das Problem hoffentlich. Wenn nicht, das 10, 70 Strix Problem ist nämlich das, dass die, ähm, dass die RGB Strip zur Hälfte ausfällt. Das ist jetzt nur optisches Problem. Der Karte geht super. Das hat mit der Karte nichts zu tun. Das kann man auch austauschen. Aber ist jetzt nicht das Drama, wenn man es nicht lasst und sagt, ja, man lebt halt mit dem optischen Fehler. Ja, kein schlechtes Case. Ich glaub, das kenn ich sogar. Da hat ein Kumpel von mir. Ist solide. Topkühler. Äh, Sim Sim K ist ein Vierkerner, aber ein Top-Vierkerner. Also, der ist noch mit einer der schnellsten Vierkerner bis dato, äh, zu rechnen. Sim Sim K. Der war, wie herauskam, ungeschlagen, Top-1 Gaming-CPU. Ist heute noch, hat auch einen richtigen Pumms weg. Sobald man nur zockt. Und nicht noch zwei, drei, vier, fünf Programme offen hat. Eventuell Stream. Das kannst du auf dem ganz vergessen. Ähm, oder wirklich viel aufnehmen. Okay, das könnte vielleicht noch geben, wenn es den Nvidia Encoder, der da wirklich sehr gut ist. Ähm, dann könnte man mit dem noch, äh, wenn, wenn es einer nur zockt. Wirklich so rein, nur zockt. Und sonst so, wie das macht wie hier jetzt da, wo er nicht zocken muss. Äh, dann ist die CPU genial. Kann man nix sagen. 256er SSD, okay, ja. Aber nur das. Hm. 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 Da war der andere PC schon... Ja, okay, der hat keine Grafikkarte drin gehabt, ne. Ein 1070 ist bei weitem, welten besser als, äh, ein 1050. Ähm, 256 Gig, äh, äh, SSD. Absolut in Ordnung. 450 Watt Bequiet. Ja, knapp. Aber es geht sich aus. Also, ja, wenn ich jetzt Grafikkarte oder CPU sollte man schon das 450 Watt, auch wenn es ein Bequiet ist. Ähm, nochmal nachdenken, ob ich da nicht vielleicht ein 550, 600 Watt, 50, 60 Euro upgrade über zum Beispiel Amazon, Ebay oder sowas verschießt. Ein Calling Observatory. Achso, das ist ein Calling Case. Ja, die gehen ja auch schon ein bisschen größer. Grillgasse, okay. Ähm, Top ist ein Unternehmen. Na, ja, wundert mich jetzt nicht. Top PC, ey, für 500 und 77K. Der wird gehandelt, leider Gottes noch, weil die Leute so bescheuert im Hirn sind. Für 250, 300 aufwärts wird die CPU teilweise noch gehandelt. Was wirklich, äh, schmerzhaft ist. Ähm. Wembar, das ist ein H270, okay. Ja, aber das ist ein alt, älterer Chip. Alter Chip würde ich jetzt nicht sagen, von der Leistung her nicht alt einzusiedeln. Vom Alter her per se, ja, fünf Jahre alt. Ähm, aber das tut dem PC, äh, äh, nix zur Sache. Das ist ein 500 Top PC. Ähm, äh, man, die sind alle gut jetzt auf einmal, ne? Äh, ey, haben wir, haben wir Rechner, kann man nichts sagen. Okay, ich würde jetzt vielleicht noch so 50 Euro für einen Therapeit, äh, äh, SST, sag ich, ähm, für eine, ein Therapeit Festplatte zumindest, äh, äh, empfehlen, das noch einzubauen. Und dann hat man, äh, richtig gutes System für Basispreis 500 Euro, sagen wir 550, wenn ich noch dazu was nehme. Äh, also das ist absolut genial, muss ich so gerne sagen. Versand innerhalb Österreich sogar gratis. Wer kann sich doch bitte beschweren, dein 77K. Vier Kerner hin oder her, oder ordentlich Bums noch. Äh, gell. Nächster. Oh, 459. Ein Hausmannstetten. Okay. 500, äh, 460, äh, ist der Preis. Was kriegen wir dafür? Boah, an 5, 6G schon wieder. Hey, 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 hey. Also ich gehe gleich raus mit der Grafikkarte an 970. Zumindest an 980. Das ist das Minimum, wo ich persönlich schon sagen würde. Da geht noch älteres 2017er, womöglich ein Double A gibt es überhaupt, ein Double A Titel. Es gibt ein Double A oder ein Einser auf jeden Fall. Double A vielleicht noch auf einer 980er. Geht noch einiges auf eine GTX 89. Da geht noch wirklich einiges, trotzdem 4G. Aber die hat auch 4G, unter Anführungszeichen. Aber die hat halt das Problem mit den 3,5G. Wer das 2015 bzw. 14 verpasst hat, da gab es ein Kommunikationsproblem zwischen Nvidia und den Bordpartnern. Dass die 970er zwar 4G aufweist, aber das Problem bei der 970 war nicht die Rohleistungen, also der Chip, die GPU, sondern die 3,5G Grafikspeicher und 500 extra, äh, 500 MB, Gigabyte, das wäre schön, 500 MB extra, die aber so langsam angebunden waren, um ein Zehntel der Leistung. Und wenn man dann über 3,5G Grafikspeicher und Nutzung geht, ruckelt das Spiel, egal wie. Da kann man nicht viel dagegen machen, um solche Grafikdetails zu verringern, obwohl es eigentlich nicht das Problem der eigentlichen GPU war. Also sprich, man hat sich da in eine Sackgasse einkauft mit der GTX 79. Es gehen auch noch ein paar Spiele, aber man muss sich echt schon sehr zurückschrauben bei der Schmerzgrenze. Eventuell kann man schon sagen, dass man die Schmerzgrenze schon küsst. Ja, man will drüber über die Grenze. Mit der 79 eben wegen dem VRAM Problem und dass es halt auch nicht mehr mehr so krass schnell ist. Aber man hat die Basis eines 5600G, was ich sage, meine Top 1 CPU, die ich empfehlen kann. 5600G, der brettert über so ziemlich alles drüber. 6K12 Red, einen wahnsinnigen Single Core. Der brutvorsitzig überhaupt, da braucht es euch nicht, kann es Gedanken machen. Auch wenn der für 160 auf Amazon recht günstig erscheint, sodass man so denken würde, wow, also die kann nicht viel. Glaubt mir, ich hätte 5700G, die tun sich jetzt Gaming mäßig nichts, aber videotechnisch ja, aber der kann auch top streamen. Also das ist die Basis, die 79 Euro raus, vielleicht die noch um 50, 60 Euro verkaufen. 3, 400 in die Hand, 30, 60 rein. 20, 60, 20, 60 super, irgendwas. Das wäre eine Mördermaschine, wo sich die wenigsten aufregen würden für einen guten Basispreis. Also das ist von Fabio echt geil. Big Quiet 500 Watt, schon wieder Big Quiet. Haben die Leute echt durch 13, 14 Views, was mein letztes Video hat, momentan so viel gelernt anscheinend? Oder was ist denn da los, Alter? Die sind alle gut, die PCs. 500er SSD? Kann man nichts sagen. Nvme wahrscheinlich nicht. Also das wäre, das wäre ein bisschen zu großzügig gewesen. Ja. B55 Aorus Elite. Im Top Mainpad auch noch. Selbst das. Nvme sieht man ja, ist keine drin, aber kann man in späteren Zeiten ja nachrüsten. Ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine qualitativ hochwertige SSD drin. 500 GB. Damit kann man einiges anfangen. Auch heute noch. Zumindest. Man kann gut streamen. Darüber. Also ich sage einmal, kleinere Projekte schneiden, die schon ein bisschen, was ist kleinere, die ein bisschen größer sind. Man kann was anfangen. Windows und die wichtigsten Programme, keine Spiele natürlich unbedingt. Wenn ich bedenke, dass so eine Standardgröße von einem günstigen, fast schon billigen Spiel schon bei 50 GB liegt, wird man da nicht weit kommen bei 500 GB. Wenn Windows schon um die 40, 50 GB einnimmt und Programme so 5, 6, 7 GB. Dann sind wir bei 60 GB. Bleibt noch ein bisschen was über. Für Daten, außerdem die Updates und das. Vor allem bei Windows 11 ist das noch krasser als bei 10. Big Quiet Gehäuse. Okay, das habe ich nicht gesehen. Also das ist ein recht guter PC. Muss ich sagen. Die Basis ist super. Die 79, ja die Fakt. Die kann man rausgeben auch. Kauft man halt. Hat man zur Überbrückung eine GPU. Die wäre natürlich schon schneller als die integrierte von 5, 6 G. Das ist natürlich keine Frage, dass die da um Länge besser wäre. Aber es ist halt nur so ein Stop Gap. Da würde ich dann halt noch eine reinbauen. Das geht kinderleicht. Zwei Schrauben da lösen. Die Kabeln da rausziehen. Aus. Aber da hätte man am Top. Oh, 8 GB hat das Grenzwert. Aber sagen wir 30 Euro. Gibt noch einen Riegel rein. Was sagen wir. Weiß ich nicht. Vielleicht ist man da bei so 800, 900 dabei. Hat aber einen zukunftssicheren PC. Mehr oder weniger zukunftssicher. Weil das ist eine Ryzen 7000 raus. Wo es einen anderen Zockel hat etc. Aber man hat da wirklich eine sehr gute Maschine. Wo ich mich auch nicht beschweren könnte. Wenn das meine Hauptmaschine wäre. Also kaum. Viel zum Zocken wäre das mehr als was ich sogar brauche. Also vom Prozessor her. Und die meisten wahrscheinlich. Also das ist. 1a. Kann ich nur empfehlen. Wow. Also das scheint eigentlich mittlerweile ein gegenteiliges Video zu sein. Aber. Ok. Nächster. Schon wieder. Jetzt fangts einmal wieder an. Richtig. Teils ein bisschen komisch zu werden. Schauen wir mal. 2500k. Einer der Legende. 2600k i7. 2600k. Sehr nahe kommt. Hatte ich über. Na eineinhalb Jahre als Zweit-PC im Einsatz. Man war natürlich sehr entstand was die noch leisten. Auch eine 2500k. Obwohl mittlerweile glaube ich schon zwölf Jahre alt. Äh. Doch noch was leisten kann. Aber. 1060. 6GB. Also die wäre nicht unbedingt äh. Ausgelastet. Sagen wir es einmal so. 349 aber. Also das ist jetzt nicht das Übelste. Aber. Man kann. Alles andere aufrüsten. Die 1060. 6GB. Die meist benutzte Karte auf Steam. Gerade immer noch eh. Und auch eine recht gute Karte. Die zumindest die meisten Anforderungen der Leute. Den meisten Leuten erfüllt. Das ist ja erstmal schon nichts schlechtes. Da kann man sich nicht beschweren. Da geht einiges damit. Ok. Das ist ja PS4 Pro Geschichte. Von der Leistung her. Vielleicht. Obwohl ja die teilweise 4K kann. Und die 1060 mit 4K. Nicht einmal eine 1080 schafft. Irgendwas in 4K heutzutage. Also. Aber. Man ist schon bei den Standardspielen. Da bei. Äh. Einer PS4. Gut. Bedient. Was ja auch die meisten nicht beschweren würden. Also da hätte man schon was. Aber die CPU. Ist einer PS4. Unterlegen. Aber. So heftig. Und. Abge. Reden wir gar nicht von der Pro. Von der Pro. Warum wollen wir jetzt gar nicht reden. Alpdick. 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 Okay. Ja. Ich glaube 2008er Kühler. Also das können wir vergessen. 8GB DDR3. Ist auch zu wenig. 770. Ich glaube der 1060. Ey. Na. Jetzt wird es aber komisch. Der war noch so gut vorher. Jetzt. Jetzt haben wir. 500er HDD und 256er SSD. Das ist jetzt nicht so. Falsch. Obwohl der wahrscheinlich. 2 Minuten zum Starten braucht. Weil er die. HDD initialisieren muss. GTX 770 2Gig. Ich hoffe. Das ist. Äh. Durch die 1060. Ersetzt worden. Weil die. Wenn das jetzt. Ein PC wäre mit. 770. Wäre der PC vielleicht. 150 Euro wert. Und nicht 350. Weil. Der 2500k. Da kann man noch. 2600k reinballern. Der. Der macht aber auch. Nur mehr so. 5. 6. Unterschied. Und. Seien wir mal ehrlich. Das merkt. Kein Schwein. Ja. Da. Gibt es wirklich. Von. 100 Spielen. 3. Die davon profitieren würden. Was er. 2600k. Z77. Das wäre zu neu. Das ist ein paar. Komisch gerade. Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Auswendig. Gibt ja genug. Darüber zu blicken. Ist ja immer schwer. Überhaupt. Das ist 12 Jahre her. Aero cool. 550 Watt. Netzteil. Was kein Schwein kennt. Okay. Aero cool. Kennt man. Lüfter teilweise. Und. Wasserkühlung. Kühler generell. Aber nicht im Netzteilbereich. Ist mir das eher unbekannt. Aber 80 Gramm. Baller 16. Eine. Und erhöhe den Preis bitte nicht. Weil. Wenn wirklich noch ein 770er drin ist. Dann ist das Ding. So gut wie. 100 Euro wert. Mehr nicht. Wenn er. Wenn er. 1060 drin ist. 6 Geek. Okay. Ja. Die ist noch um die 100 Euro. Geht die weg. Wenn das ein gutes Mainboard ist. Also wirklich so. Asus. Z77. Was ich. Schwer bezweifeln kann. BZ kann. Jegliche Spiele über 60 FPS. Flüssig darstellen. Ja. In 720p. Äh. Spiele wie Fortnite. GTA 5 CS. Go. Rainbow Six Siege. Valorant über 60 FPS. Mit Fragezeichen sogar. Ja. Aber das sind alles. Optimierte. Hart optimierte Spiele. Fortnite. Natürlich rennt das auf dem 26500k. Rennt Fortnite auf 60 FPS. GTA auf 60 FPS. CSGO rennt wahrscheinlich mit 200 FPS. Äh. Rainbow Six Siege auch so um die 100 FPS. In. 27b. Oder Full HD. Würde ich sogar sagen. Bei einer 1060. Äh. Absolut kein Problem. Valorant hätten wir nicht über 60 FPS. Da hätten wir wahrscheinlich so um die 160 FPS. Für die genauen FPS. Für die genauen FPS. Unter. Hey. Arbeiten da mehrere. Und einer der kennt sich aus. Und der kennt sich auf einmal nicht mehr aus. Oder was ist denn das für komische Geschichte. Ja. Na sicher konnten jegliche Spiele. Aber auch nur solche. Die für die Black Ops kog. Toll auf die die Black Ops kog war. MW19. Hey. Black Ops 3. Würdet ihr nicht mehr über 60 FPS schaffen. In full HD Hi. Schminnt euch das ab. Das liegt aber nicht an der Grafikkarte. Das liegt an der CPU. Der 2500K. Schminnt es euch an. Ist bei sich nicht schlecht. Aber ich würde sagen. wenn wirklich nur 77 drin ist 100 euro maximal wenn wenn er 77 drin ist ist das ist alles nichts mehr wert und steinalt genauso wie die hunde die da draußen sind die nur bellen und sonst nichts können die sind nichts wert also 350 ist es nicht wert aber zumindest wenn er 10 60 drin ist 200 also wirklich 350 ist der bei weitem nicht wert da müsste schon 37 70 477 eigentlich drin sein 477k 10 60 350 euro ja aber nicht bei 2500k der schon echt manchmal hängt beim browser tab öffnen weil er echt schon mittlerweile in ein alter kommt wo er das nicht mehr schafft man muss sagen weil da fehlen schon bald instruktionen leute da gibt es sachen die nicht mehr starten würden also das bitte nicht machen also nächster schon wieder so ein halb seit einer rumpelstilchen pc ok 3770 nicht k also 2600k auf 4,8 gigahertz würde den 3770 der nicht übertaktet werden kann zerreißen tut mir leid weil 2600k kommt schon in die nähe von 777k 477k entschuldigung dass der upgrade peif da überhaupt nicht sinn geben würde 10 70 aber zumindest die natürlich schon ein bisschen in die oberkill richtung für die cpu kommt zumal ak von haus aus schneller ist wenn der noch übertaktet wird können wir da in der zeit war das noch so da können wir da von 3770 15 vielleicht wenn wir gut sind 20 prozent mehr leistung aus der kcpu auf der basis von dem rausholen und da hat man sich nicht viel angetan das sind zwei minuten aufgabe auch für unerfahrende wie viel ram haben wir jetzt da 16 giga ok 600 megahertz standard 1660 super das ist schon wieder der der kairom krüom cryom 1660 super aber da steht 1060 1070 ungefähr gleich ich würde eher zu 1070 tendieren weil einfach wie ram mehr schon aussagt dass die geschwindigkeit der kpu fast schon und aerocool warum aerocool man evga wie quiet die kosten alle nur fünf sechs sieben euro mehr teilweise und das ist wesentlich angenehmer ohne dass ich mir gedanken machen muss wenn ich den pc ausschalte oder kurz aufmach dass man da einen stromschlag holt bei aerocool netzteil 80 plus nicht bei process 80 plus mehr gibt es nicht gehäuse silentium und asus z77 das ist dann eher schon richtig aber du hast überhaupt keine ahnung du copy pastest diese sachen rein ohne irgendwie zu prüfen was es genau drin hardware monitor runterladen und dann checken was drin ist damit man das genau wenn man schon sowas auflistet haargenau spezifisch rein stellt das dauert zwei minuten die haben die leute natürlich nicht mehr aufwünsch können pc sachen unterschiedlich konfiguriert angepasst werden das möchte ich aber nicht wenn einer z77 schreibt aerocool 80 plus drin hat 500 gigabyte sata vielleicht nur festplatte also langsam als hell überhaupt bei diesen alten cpu da merkt man das noch mal richtig wie sehr ein ssd unterschied macht für fordner performance mode 120 bis 240 fps ja schön wär's wenn das mein 7820 x 8 kerner nicht unbedingt so schnell erreicht ja genau mit dem werden wir das natürlich erreichen geht er fünf ok der 123 fps ok das ist natürlich richtig die cd war von 80 fps ja die 10 70 das ist durchaus richtig weil loren 220 fps wie auch genau auf niedrigen einstellungen 220 fps trop 180 bei 37 70 das würde ich schon fast das eine lüge bezeichnen das war vielleicht ein altes bild von 2019 2020 da wäre 220 fps möglich mit einem 37 70 von 2013 12 entschuldigung der vier kerne hat während der ryzen 5 2600 x eigentlich schon mehr gutes stück mehr leistung aufweist also 37 70 und der auch schon für 60 70 80 euro zu haben ist also überhaupt nicht geil das wage ich zu bezweifeln ob 180 bis 220 fps bei valorant in niedrig mit 37 70 möglich wären in hoch macht es natürlich keinen sinn 130 bis 160 fps also high refresh rate für 144 hertz monitor spieler natürlich ein graus weil das ding ruckelt herrlich oder das 37 70 ist auch inkonsistent mit seiner weistung mittlerweile vor allem wenn man da noch windows 11 installiert dann ist ja game over leute dann ist game over dann ist das ding auf 30 40 prozent auslastung wenn ich nur ein browser starte also da kannst du schon mal vergessen rainbow six siege 200 bis 250 fps mittel welche welche auf also nur full ad ah das ist ja nein nein und ultra steht gar nicht also läuft es nicht weil das gleiche könnte es nicht sein also das ist ja das ist ja das ist ein krasses game von der leistung ultra hoch das hat er gar nicht geschrieben ja wenn wir wahrscheinlich dann peinliche 20 fps hätten und minimum 15 bei so einem spiel eben nur wegen der cpu weniger die gpu aber die kommt ja ins schwitzen bei forza horizon okay das ist natürlich stark optimiert aber bei full hd hat die 1070 ja überhaupt keine probleme die lacht darüber aber würde ich nicht kaufen eben aus dem grund viel zu teuer 550 die werden immer teuer und immer älter die 1070 ist überhaupt nicht das problem habe ich sogar bei der ww im zeit pc drin asus strix 1070 aus sie die habe ich drin die keder wird session gezockt mit unreal engine und ein paar ältere spiele da wird gar nicht so viel zockt aber das ist das was ich überhaupt und somit überhaupt keine probleme wäre nicht all zu viel abverlangt aber das 3770 also da gibt es kein upgrade da bleibt man hängen auf den wenn man deutsch auf der base von der 1070 jetzt netzteil und so upgraden möchte müsste man den ram cpu und mainboard austauschen das müsste man wenn man auf irgendwas aktuelles gehen möchte müsste man ram cpu und mainboard austauschen herrlich also da kannst du bei 550 nochmal so 300 extra rechnen damit am pc aus der dann gar nicht so viel besser ist wie der jetzige eigentlich scheiße also das will ich nicht nehmen da arbeiten wahrscheinlich ein der der die guten da gehabt hat keine ahnung das wird die kriom episode werden keine ahnung was er sich da doch haben z77 schon wieder das kann ich mir kaum vorstellen bei 3770 wenn das erst ab vierte generation standard oder war zeit 77 standard ne ähm gehäuse silenzium was wissen wir natürlich nicht aber wahrscheinlich auch wieder so auch müll gehäuse aus aus blech ne was beim einmal aufmachen schon wackelt ne äh 16 g gram das ist das ist bei se nicht schlecht und der 1660 super ok dann ja dann gehen wir den für 550 obwohl nicht immer das weil das ist vielleicht 30 euro wert die cpu mit mainboard ist 30 euro wert 40 komm das ding ist ultra alt man kann nichts machen damit nicht upgraden irgendeine bessere cpu man kann ram nicht upgraden nichts es ist einfach so alt dass das schon das ende im gelände ist zu der zeit natürlich super gewesen aber da redet man von zehn jahre alt da kannst du es vergessen bei pc hardware das ist wie bei einer typ gegen 18 jährigen im wettrennen anläuft gegen 60 jährigen natürlich rennt der 18 jährige dem 16 jährigen weg und sowas ist es da auch zehn jahre im pc ist wie zwischen 18 und 50 im menschensjahre unterschied es ist wirklich so das kannst du vergessen nächster wir scrollen sie einfach durch die listen dadurch es folgt ans aufs nächste schon wieder der gleiche i5 34 70 ja 10 60 6 gig 499 399 also 400 ok hat sie muss sogar mal aber an der arbeit hdd ach du also gewinne ssd drin 10 6 6 gig aber leute 400 euro für das ding ich sage euch das so für 34 70 kostet alleine vielleicht 20 euro die cpu für 20 euro nicht schlecht aber wenn ich bedenke ich leg 50 60 70 euro für die cpu hin 80 90 für das mainboard und 100 für das für den ram vielleicht ddr3 kostet jetzt richtig viel geld nein der mainboard das mainboard mit der cpu und ram ist vielleicht max 100 euro wert und die ist 120 wert es ist ja 10 60 ist auch schon alt jetzt reicht es reicht es mir schon wieder wir sind wieder bei 33 minuten bitte das ist die kürung krüung edition war also warum von anfang an von sehr gut bis gut mittel scheiße wir landen echt schon bei scheiße was einfach zu alt ist auch wenn es schlecht ist aber es ist so alt man kann überhaupt man investiert in die sackgasse wie ich schon mal erwähnt habe man investiert nicht in irgendwas vernünftiges man investiert in ja in schon in schon gefahren rein bei 34 70 glaubt ihr dass ich da irgendwie noch zwei drei jahre daran spaß hat irgendwie oder zumindest ein jahr glaube ich nicht in der zeit wird sich vielleicht schon einiges gesagt haben neuere spiele da kommt der so ins schwitzen ich sag's euch dass bei jedem 100 prozent ausgelastet wird heiß zieht strom wie hulle das ist ja jetzt ja überhaupt kein problem bei steigenden strompreisen ist ja das lächerlich wenn so ein prozessor vier fünf stunden jeden tag bei 100 watt zieht oder was oder oder zumindest um die 80 kann man schon vorstellen dass der ziehen könnte ist es nicht lustig leite wirklich nicht die 10 60 ist das problem die die möchte ich gar nicht die die schon die schon sehr brav ist ein gemütlicher kleiner pop die die 10 60 ja die macht schon das ist schon ein guter zwölfjähriger junge die 10 10 60 6 geht um die geht es nicht aber der 35 ist ein alter man auch wenn er nicht langsam ist aber sobald ein spiel start ist dann wird er langsam dann verlangt es dem prozessor alles ab also unter vierter generation würde ich nicht mehr gehen es ist es ist schrecklich da fing es noch so gut an kontakt schon wieder der gleiche hat er dann jedes mal gesoffen wenn er die listings reingestellt hat ich weiß es nicht ja wurde besser von da gestern habe ich noch ein video gemacht was was mich wirklich in rage gebracht hat heute auch so teilweise wieder aber es waren aber richtig gute von der gleichen geschichte dabei also nicht übel nicht übel leute da kann ich nur mal sagen es bleibt 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 verbleiben dabei einmal er hat jonas scheibsel und bis zum nächsten mal vielleicht habe ich so viel bock dass ich demnächst auch noch mal weiter so die serie starte weil es scheint mir ganz gut zum gefallen ja vielleicht hoffentlich euch auch aber wer mehr sehen bis zum nächsten mal hier deiner scheibseli herrn c